die flash war richtig krönung das wäre es noch gewesen wenn ich dich umgebracht hätte vorsicht ja ja das war jetzt wenigstens haben wir die jetzt mal aufgeräumt ja das war so klar ich habe ich habe noch an geäbt ich habe noch geäbt muss los sein was holt ihr mit der copperhead die hat fanning ist die außen und dann kannst du dich holen go 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 wund ist ein hund warte kannst du hier viel wieder gut machen Die hat nämlich gerade nachgeladen, sehr gut. Ist noch einer, da ist noch einer. Soll ich? Kleine Wichser. Warte, ich werfe eine Granate. Nochmal erwischt er. Siehst du, da ist noch einer. Ja. Ja, unter uns direkt. Das muss jetzt safe sein, oder? Check normal. Ja, ich check. Alles clear. Geil. Firebomb kill, hab ich auch noch nie gehabt. Richtig gut. Das muss jetzt safe sein, oder? Ist schon drin, oder? Ich arbeite dran. Hier ist einer. In der Mauer. Guck mal zu dir, einfach schnell. Halt, du bist leise. Guck mal. Einer ist gestorben. Ich weiß nicht. Schönes Ding. Revenant. Lol. Aus der Hüfte heraus. Mit der Mosin geheadshotted. Der wird mich sowas von reporten. Ich sag's dir. Und hier ist noch einer. In der Mauer. Rechtsrum. Irgendwo muss hier noch einer sein. Ich werf mal eine Hivebomb nach vorne. Ja. Also da liegen zwei. Ne, drei. Dann haben wir vier Leichen. Vier Leichen. Vier Leichen. Oh. Toll. Oh, der hat ja eine Schrotze, Alter. Hast du Glück gehabt, ey. Hey, was höre ich denn da? Hast du was abgebrannt? Ne. Süden, Süden, Süden. Ja. Ich wusste doch, dass... Osten. Ich warte hier mal im Hof. Süden, Süden. Ja, die kommen nicht in den Hof. Komm, Bruder. Können die eigentlich passieren lassen. Und dann nicht kämpfen. Komm, hier durch den Hof. Fabian. Was ist das? Lol. Ja. Nein, nein, nein. Die ist mir halt voll in die... In den Crossbow gelaufen. Nein, nein, nein. Perfekt. Optimal. Ich hab den anderen an den Arm weggeleverst. Der wusste überhaupt nicht, wie geschieht. Der bugte dann hier im Karrenfest. Hat unser Leben ge... Ja. Ist unser Leben gestorben. Ist unser Leben gestorben. Ist unser Leben gestorben. Beide Romero, ey, was? Dimitri, spielen wir heute aggressiv? Ein Clou ist auf der Mauer oben. Ich sehe leider nichts. Ein paar Graben. Oh, vornach. Wir sind an der Mauer hinten. Wir schießen hier die Zombies weg. Wir können hier ambushen. Wir werden das machen. Leise, leise. Der Clou wird uns verraten wahrscheinlich. Ich glaub die gehen. Ja. Andere Seite. Headshot. Ping. Direkt hier unten bei dem Auf... beim Aufgang im Wasser. Okay. Bei der Stiege praktisch. Ja, ja, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Keine Sicht. Loll. Was sind denn für Spieler, Alter? Er wollte mich da zur Tode pushen. Oh. 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 Ich bin wieder hier. Oh. Er schießt natürlich nicht. Schieße ich wofür denn jetzt? Oh Gott. Äh. Bomblands? Oder ist das einer von uns? Granate, Granate. Ich geschmissen. Ne, da hat aber, glaub ich, immer auch eine Bomblance. Oh Gott, der weiß nicht hier, Bim. Ja, super, wieder so'n Drecksack. Ja, natürlich. Oh, das ist richtig. Hab eine. Direkt einmal gleich der Winfield mit Levering. Leeres Profil asiatisch mit WAG-Ausschluss, alles klar. Boah, das ist einfach nur ein Witz, ey. Da haben wir jetzt nur einen gekillt von Elon. Ja, der ist schon längst wieder hoch. Ne, ne, ne. What? Wie hat der mich jetzt gesehen? Ja, der hat einen WAG. Der hat auf jeden Fall einen WAG. Ja, der hat einen Witz. 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 3 gegen 1 und die brennen abhielt. 3 gegen 1 und der hat einen Wallhack, das muss man auch noch sagen. So, ein Opfer ey. Da war gerade einer. Ja, ich hab's gesehen. Guckt natürlich auch hier hin, ne? Ja, klar. Ja, ist immer derselbe Schiff gewesen. Nein. Von rechts gibt's ein Amber. Nice. Oh, nice. Oh. That's nice. Oh, ne. Ja, der hat meine Dolch wahrscheinlich aufgehoben. Dolch, ja. Rite of passage. So eine Missgeburt. Ich sag euch, der ist nicht legit, der Junge.